Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12643 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Ich kümmere mich sofort um dein Anliegen, nachdem ich alle E-Mails gelesen habe. Welche ethischen Herausforderungen siehst du in unserer Branche? Welche ethischen Herausforderungen siehst du in unserer Branche? Welche ethischen Herausforderungen siehst du in unserer Branche? So funktioniert das mit dem Ei. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. !